willkommen zusammen zu dem informationsvideo zur roadmap für den tsw 4 das erste roadmap video dass wir dazu haben das video ist in zwei teilen aufgeteilt und zwar in hier in part 1 und dann in part 2 ich habe das video in kapiteln aufgeteilt so dass ihr also wenn ihr zum zweiten part springen wollte dass unten einfach in der leiste einstellen könnt die webseiten habe ich auch nebenbei automatisch übersetzen lassen vom browser dementsprechend steht auch hier so was wie zugs im world also solche solche kleinigkeiten nicht beachten ja also tsw 4 wurde angekündigt wie wir jetzt alle mittlerweile schon wissen release es am 26 september 2023 das ganze wurde im darf der direkt stream hier angekündigt der ging mehrere stunden und es folgt eine zusammenfassung was angekündigt wurde und zwar wir haben die vorarlberg strecke lindau nach bludenz mit dem kleinen abstecher in richtung sankt margaretten allerdings nicht komplett bis sankt margaretten sondern nur bis lustenau und damit die erste österreichische strecke und die erste grenzüberquerung und zwar das ganze mit dem öbb 4024 auch genannt talent 1 dann haben wir die antelope valley oder die antelope valley line von la nach lancaster die east coast mainline von peterborough nach donchester die flying scotsman lock die dampflok die railpool 193 aka vectron ich habe schon ein bisschen was gesehen von der vectron in internen sagen mal in internen besprechungen und ich kann euch sagen das wird eine ganz ganz tolle log ich habe sie selbst bisher nicht spielen dürfen noch nicht aber das was ich bisher gesehen habe hat mich schon wirklich sehr fasziniert und ich glaube das wird eine echt echt gute log genau der computer auf strecken computer on wheels und das ist auch eigentlich ganz gut umgesetzt dieses computer und wheels aber dazu dann mehr sobald wir mehr vom vectron auch dann sehen und hören werden den szenario planner 2.0 den livery designer 2.0 den foto modus die verbesserung des creators clubs wie es gibt ein neues scoring system verbesserung des zugangs also dass es in diesem sinne schwierigkeitsstufen gibt das heißt also leute die vielleicht nicht so sehr auf simulation stehen die können die haben jetzt einen viel einfacheren zugang oder man kann sich das eben so einstellen wie immer dass man wirklich die komplette simulation hat ein verbessertes overhead line rendering also die oberleitung ist jetzt besser zu sehen flackert nicht mehr wir haben neue regeneffekte auf den windschutzscheiben die controller vibrieren in den richtigen momenten es gibt ein das ist auch eine schlechte übersetzung hier aber das ist damit ist sind volumetrische der volumetrische nebel gemeint also wirklich auch ein ganz ganz toller effekt es gibt einen roaming modus und es gibt den editor gut hier steht das auch redakteur wie gesagt das sind diese komischen übersetzungen aber ja genau das wird uns erwarten das haben wir schon alles besprochen was ich drauf steht mit der roadmap also das kommt jetzt zu beginn zum launch also im september in den ersten ein bis drei monaten kommt dann das hier was ihr hier seht unter anderem das wichtigste hier eine deutsche strecke und hier eine schweizer strecke also für uns würde ich jetzt mal das sagen das wichtigste nach vier bis sechs monaten erwartet uns eine weitere deutsche strecke ein lockpack von einem neuen von einer neuen third party der editor kriegt weitere verbesserung und in sechs monaten plus ist auf jeden fall noch eine weitere österreichische strecke angekündigt wer weiß vielleicht vielleicht ja mit einem railjet oder so eine weitere deutsche strecke und eine weitere deutsch lock sowie ein lockpack von einem weiteren neuen partner von dem wir jetzt noch nicht wissen welcher das ist aber schauen wir mal schauen wir mal was wird was wird heute abend der live stream vom tsv4 beziehungsweise der roadmap bleibt live stream am 29 august gibt es an den ersten richtigen live stream zu tsp4 am 31 august den tag bitte markieren die vorarlberg strecke wird gezeigt 5 september der pc editor dann hier im 14 september das update für dresden rieser mit dem vectron und ja genau das sind vielleicht die wichtigsten was jetzt so kommt die fotos haben uns alle schon angeguckt sieht auch richtig hübsch aus finde ich so weit aber da kommen noch ein paar mehr schöne fotos beziehungsweise key arts hier haben wir was zur strecke lindau blu dance einmal hier von dem deutschen teil in den österreichischen teil damit die erste strecken überquerung wir haben wirklich ganz ganz tolle eine ganz tolle berg kulisse und auch die konnte ich durfte ich mir schon bereits angucken ich habe auch also die stadt zu der strecke selbst noch kein zugang aber ich habe davon bilder und videos gesehen und auch da muss ich sagen leute es sieht toll aus es sieht viel viel besser aus als das was uns river games mit der arosa bahn hingeworfen hat oder auch mit der luzean sursee strecke also dass das wirklich gar kein vergleich so wie das hier aussieht kann ich euch wirklich sagen da freut man sich sehr drauf die berge hier in dieser strecke haben eher so die qualität wie auch vom training center also der zug für team mitgeliefert mit dazu übrigens auch die baureihe 185.2 die kommt auch die wird auch eine mit darauf geben damit man auch wissen was im güterverkehr zu tun hat genau hier ein interview mit lukas klimtschick lukas dürfte den meisten mittlerweile im begriff sein wer das ist ja und lukas hat ein bisschen was darüber erzählt dass es vor allen dingen aufregend dass ein neues land jetzt im spiel zu haben wir haben einen neuen zug betreiber die übb grenzübergänge von österreich nach deutschland sich verändernde infrastruktur der oberleitung die landschaft verändert sich und so weiter und so fort hier wirklich ein wunderschöner screenshot hier vom talent auch in diesem neuen foto modus aufgenommen so dass man auch die hintergrund unschärfe und solche sachen einstellen kann sieht schon toll aus welche herausforderungen gibt es bei der erstellung von inhalten für ein neues land weil viele immer fragen ach wann kommt mal die niederlande und wann kommt noch mehr frankreich und wann kommt mal tschechien und dänemark und schweden und was hast du habt ihr nicht gesehen das ist halt erstmal eine große herausforderung weil man eben diese einzigartigkeit dieser länder einfangen muss da gibt es eben diese offensichtlichen sachen wie es müssen halt erstmal die züge dafür her und die signale aber es gibt eben auch weniger offensichtliche dinge zum beispiel hier die die sleepers also das was hier zwischen zwischen den gleisen ist habe ich gerade vergessen wie man das nennt auf deutsch also solche sachen den laub die die bewachsung die vegetation die architektur der gebäude das alles muss halt erstmal neu gebaut werden und das ist gar nicht mal so leicht das ist schon ein großer aufwand denn österreichische architektur unterscheidet sich teilweise wirklich sehr stark von deutscher architektur obwohl die die gleiche sprache sprechen zumindest behaupten sie das ist österreich doch ein sehr sehr unterschiedliches land wir haben übrigens jetzt die erste strecke in osteuropa muss man jetzt auch mal dazu sagen auch wenn das der westlichste teil österreich ist aber österreich ist osteuropa naja hier sehen wir noch mal diese wirklich schöne bergkulisse die sieht auch mittlerweile der screenshot ist etwas älter die sieht auch mittlerweile noch ein bisschen hübscher aus würde ich behaupten hier auch mit entsprechender bewachsung schön viel gras und allem also so muss das kann man sich nicht beschweren zumindest von den screenshots bisher was ich ganz toll finde ist dass auch tatsächlich das fahrgastinformationssystem der öbb nachgebaut wurde und zwar das moderne hier sehen wir das das ist glaube ich bregens ja genau das ist bregens und hier sehen wir halt eben die anderen anzeiger die schriftart ist zwar nicht perfekt an sich weil das hat wohl mit lizenzen zu tun aber ansonsten alles andere passt wirklich von design sehr sehr gut was ich mich auch frage ist wenn jetzt hier ein zug der db ankommen würde ob dann hier auch db stehen würde oder von der sbb ob dann auch das sbb symbol da sein würde kann ich euch nicht sagen ob das so ist aber ich denke mal wird wird wohl schon so sein also rund 30 stationen auf der reise und man hat eben auch viel zu tun entschuldigung kleiner fuß da ja also ganz wichtig war halt eben natürlich das bauen dieser berg kulisse hier und dass das halt eben gut aussieht dass das authentisch aussieht hier auch mit dieser schneefallgrenze mit dieser vegetationsgrenze da wird es halt immer immer weniger dicht dass eben auf solche sachen geachtet wurde ich finde auch hier dieser dieser wanderweg der sieht der sieht für mich neu aus also so als textur sieht das für mich neu aus sonst war immer dieser komische matschweg in der regel neben den strecken zu sehen der sah mal ziemlich grausam aus aber das hier mit diesem diesen wanderweg diese so dieser dieses plattgetretene gras an der seite das sieht schon ganz hübsch aus ja worauf sollte man nach ausschau halten nach diesem zug hier unter anderem nach dem nach der baureihe 628 in verkehrsrot die wird nämlich auch zum release vom tsv4 der niddertalbahn kostenlos als update nachgeliefert eine moderne 428 628 pardon mit leicht angepasstem führerstand der innenraum sieht aus wie vorher auch aber das ist halt auch glaube ich mehr oder weniger realistisch genau und das wird halt eben doof aussehen wenn auf einer modernen strecke jetzt die mint grüne 628 hier rum fahren würde deshalb wird wurde eben dieses update gebracht das kostenlos all die 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 niddertalbahn besitzen die bekommen jetzt auch die 628 in verkehrsrot ohne ein cent dafür zu zahlen das finde ich schon ziemlich genial genau einzigartiges feature haben wir haben österreichische signalisierung das ist halt eben neu pzb und lzb haben wir hier beziehungsweise lzb gibt es eben nicht auf der strecke aber pzb ist auf jeden fall vorhanden auch wenn das österreichische signalsystem nicht eins zu eins identisch ist wie mit dem deutschen aber da werden wir uns dann gemeinsam mit beschäftigen hier auch schön hier dieses sie fahren und dann wird die geschwindigkeit des zuges angezeigt statt die der autos das ist auch ganz witzig genau 185.2 wird eben ebenfalls mitgeliefert und wer die railpool vectron lockt dann besitzt auch die hat fahrplanfahrten auf der strecke lindau bluedance ja was ist für luca lucas der lieblingsteil der strecke ja überall da wo er berge sehen kann dass es einen wesentlichen unterschied macht zu anderen tsw strecken die details in der landschaft also würde ich auch nur zustimmen da sieht schon ziemlich gut aus hier auch mit dem mit dem zug ziel anzeiger lusten auf steht hier oben drauf sieht schon hübsch aus auch hier die 3d bevölkerung hat was ja dann haben wir hier die antilope valley line da das überspringen wir jetzt einfach mal wenn es interessiert link zu zum roadmap artikel in der video beschreibung aber das ist halt ne wie es halt eben interessiert der kann sich das genauer durchlesen wie wenn da nicht weiter darauf eingehen außer dass wir uns hier noch mal die screenshots angucken hier sehen wir auch noch mal das mit diesen nebeleffekten ganz gut wieder wie schön dass gerade beim dunkeln aussieht dass dann im licht kegel der nebel so angestrahlt wird das macht das ganze schon sehr atmosphärisch könnte man dazu sagen ich denke mal die strecke wenn wir uns auch zusammen angucken weil die ja schon irgendwie was schönes hat ich finde das irgendwie ganz interessant mit dem personenzug tatsächlich sich hier durch die wüste mal durch zu schlängeln also weiß nicht ob das wirklich eine wüste ist bis mehr so eine prärie würde ich behaupten aber schon interessant ne und hier sieht auch hübsch aus palmen und so wo ist er halt hier ein bahnübergang detailliert hier die skyline von la auch ein hübscher screenshot bei abendlicher beleuchtung hier noch mal ein bild aus der prärie also mitgeliefert wird halt eben dieser diese diesellok diese doppelstockwagen und hinten dran ist noch ein steuerwagen hier noch eine weitere station ich glaube das ist vincent great hat was ja dann die east coast mainline von donchester oder donchester nach peterborough mit 128 kilometern einer der längsten strecken im tsw würde ich behaupten viele haben gefragt warum die genau dieser abstritt der der east coast mainline weil das eine etwas ja unerwartete unerwarteter streckenabschnitt der e-cml ist das liegt vor allen dingen daran dass also einerseits der summa der hier mitgeliefert wird der da v max 200 km h fahren und auf diesem streckenabschnitt kann das halt und dtg wollte sicherstellen dass es ein streckenabschnitt ist wo der asuma wirklich mal einmal wirklich alle power reingeben kann die ja nun man besitzt und dementsprechend hier die rennstrecke ist eben da deshalb wurde dieser teil umgesetzt und was auch eben interessant ist hier gibt es diese diese flat crossing die einzige flat crossing die es in uk noch gibt die immer noch in betrieb ist ich weiß gar nicht ob es in deutschland sowas überhaupt noch gibt aber das ist eben die einzige die es in uk gibt und dies halt auch eben mit dabei und die dampflok der die flying scots mann wird ja auch gebaut in aber wenn ich das jetzt richtig im kopf habe ich glaube in donchester auf jeden fall irgendwo entlang dieser strecke hier dementsprechend ist das natürlich das sinnvollste dass man eben auch die flying scots mann wieder nach hause bringt da wo sie das erste mal gebaut wurde auch hier wenn wir uns den artikel nicht weiter durchlesen außer dass wir uns noch die screenshots angucken also das mit der hintergrundunschärfe sieht schon sehr stark aus muss ich sagen ist halt wie gesagt dieser foto modus auch die schnee effekte hier sehen bis die aus tsv 3 sind auch wieder am start dass der schnee halt eben der hat sich langsam auftürmt dass es nicht nur eine textur ist dass auch hier schnee aufgeworfen wird uk bahn station sowie so wie wir sie kennen hier auch in dem depot drin wird gebaut von hitachi der zug nach hitachi meine ich ist aus china aber hübsch hier sieht man auf jeden fall diesen effekt mit dem nebel noch mal sehr sehr gut und hier noch mal diese flat crossing auch das wirklich ganz markant die stelle an der strecke und es gibt auch layer hier sehen wir die teams link class 700 die erst vor kurzem rausgekommen ist auch die wird hier rumfahren wobei ich nicht weiß ob es nur kai ist oder man auch selbst damit fahren kann wenn es interessiert der kann das im artikel selbst noch mal nachlesen hat was sieht ein bisschen aus der perspektive aus wie ein ic3 so zusammengekuppelt bisschen ja dann eben die flying scotsman die ist auch eben dabei zum 100 jährigen jubiläum 1923 wurde sie das erste mal gebaut in donkester genau ich hatte recht und dementsprechend ist das irgendwie sinnvoll der die lok kommt auch für die strecke east coast mainline natürlich also die szenarien und der fahrplan sind eben dafür aber man kann auch die loks ich kaufen ohne east coast mainline zu besitzen hier nehmen wir auch noch ein weiterer screenshot von der flying scotsman eine ganz ikonische log die vielleicht ikonischste log überhaupt hier noch mal mit der flat crossing hier mit diesen mark 2 wagen sind das glaube ich meine ich zumindest ja also alt trifft neu hier an dieser stelle schauen wir mal ich frage mich ob das ob ob es die dampflok fahrphysik verbessert wurde weil die ist ja immer noch im tsw so ein bisschen am aber sagen wir mal nicht perfekt aber schauen wir mal auch hier wieder alt trifft neu sieht schon ganz hübsch aus dann hier das ist der star finde ich von tsw 4 also für mich persönlich dass es die raypool 193 endlich mal wieder ein lockt dlc endlich eine güterzug lockt die letzte güterzug lockt die wir hatten war die baureihe 155 also die letzte neue güterzug lockt und das ist schon verdammt lange her also wirklich absolutes kraftpaket ich habe wie gesagt schon bilder und bilder und videos von der raypool lockt gesehen und der sound ist ganz toll das horn ist toll die fahrphysik ist toll da könnte ich wirklich auf was freuen wirklich es ist ein ganz tolles gefühl denke ich diesel lock selbst zu fahren natürlich wird es dafür auch jede menge repaints geben und so und szenarien da bin ich mir ganz sicher jeder führer stand auch sie sieht wirklich ganz toll aus es war gar nicht mal so einfach die afb hier anzukriegen es mir habe ich beobachten können aber wir kriegen das schon zusammen hin ja also hier haben wir ebola wobei das ebola gehört glaube ich hierhin ist auch mittlerweile dort würde ich behaupten habe ich schon da gesehen hier haben wir noch oder weiß nicht ob das oder gehört es doch hierhin ich bin mir da nicht ganz sicher gsmr haben wir zumindest hier ein ausgefülltes display hier haben wir die die mtds 1 und 2 fahrschalter beziehungsweise fahr und bremskombi hebel afb bremse lockbremse fahrtrichtungswender und wir können auf jeden fall mit diesen displays hier einiges veranstalten da können wir gut hin und her rumklicken ja hübsch auf jeden fall die da gibt es auch bestimmte wagen die dazu mitgeliefert werden hier übrigens bevor jemand das falsch interpretiert hat das hier dieser screenshot das wurde mir erzählt ist entstanden im free roam modus und nicht aus dem fahrplan oder aus dem szenario also da hat sich jemand selbst der im beta team war wohl anscheinend die lok da hingestellt zusammen mit intercity wagen und hat die dahin gespawnt das da gibt es keine ich glaube auf der auf der strecke lindau bluedance gibt es keine szenarien und auch keine fahrplan fahrten wo man mit der railpool 193 intercity wagen fährt so das sei an dieser stelle mal gesagt dass es zumindest stand jetzt dann haben wir hier die war eine weitere strecke blackpool nach preston und omskirk die strecke von just trains hier übrigens mit diesem roller coaster mit dieser achterbahn daneben und hier sind auch tatsächlich achtermann wagen die auf die auf diesen gleisen hier fahren das sieht zwar das sieht aktuell noch sehr lustig aus mal schauen wie viel dann noch daran gearbeitet wird aber die auch die strecke sieht wirklich sehr schön aus hier mit dem das ist so eine art schienenbus der hier fährt pacer wird er genannt es gibt auch layer wo andere logs mit darauf verwendet werden ja das ist hier die strecke von omskirk nach preston und dann geht es etwa hier über diese seite nach blackpool south oder es geht eben von hier nach blackpool north sieht auf jeden fall sehr hübsch aus sehr hübsch ausgestaltet so ein bisschen die niddertal bahn jetzt aus uk was so den detailgrad und sowas angeht es wird schon glaube ich ziemlich ziemlich schön werden ja verbesserte oberleitung haben wir hier auch ne also hier sehen wir es hier flackert ist die ganze zeit rum hier flackert ist schon weniger rum und man kann sie über viel weitere distanz sehen also auch da wurde wert drauf gelegt dann haben wir hier regen fenster effekte also dass dann die dass die regen effekte ich an der scheibe ein bisschen besser aussehen als früher noch also sehen wir hier vom vectron führerstand aus das bedurfte auf jeden fall auch mal einer einer überarbeitung dann haben wir hier character updates also die sind dioramas wir haben jetzt leute mit koffern mit mit aktentaschen mit kaffee in der hand mit dem handy leute die in kafé sitzen die hier irgendwie was bestellen also das macht das ganze schon deutlich lebendiger solche sachen gehören dazu dann das eine super tolle große neuerung köln aachen kriegt einen neuen fahrplan was genau da drin sein wird wissen wir nicht also die s6 wird da sein s11 s18 re 8 und rb 27 diese wurden verlängert über zwölf uhr hinaus und dann haben wir hier neu die s19 den r1 und den r9 um nur einige zu nennen doch eine reihe neue güterverkehrsdienste viel kai für köln hauptbahnhof für horren für düren und für aachen also da sind wir auf jeden fall schon sehr gespannt da ist noch das noch work in progress und das kommt irgendwann nach der veröffentlichung von tsv4 also nicht direkt mit tsv4 ja dann was noch vor von früher auf der roadmap stand kurz dazu new york nach trenden bekommt diesen neuen fahrplan der der gibt es für tsv4 zum release für die die tsv4 haben die die tsv3 besitzen kriegen den auch aber etwas zum späteren zeitpunkt genau dann haben wir verbesserung für south eastern high speed da sind noch ein paar also hier kann man das alles nachlesen was hier so verbessert wurde da gehen wir jetzt nicht einzeln durch weil das uns viel zu lange dauert dann nidderteilbahn bekommt eben den bonus dass die 628 in verkehrsrot mitgeliefert wird als update für tsv4 also richtig richtig schön ob das für tsv3 auch kommt weiß ich nicht ich glaube es ist erstmal nur für tsv4 aber schauen wir mal sieht auf jeden fall auch aus dann haben wir hier was ist das einführung mega update genau hier wird noch mal alles zusammengefasst und was wir auch haben die 187 bekommt endlich ihr audio update schauen wir mal ob die ist das endlich irgendwas gebracht hat oder die log immer noch genauso schlimm ist wie vorher da das da müssen wir abwarten ansonsten gibt es keine weiteren gar keine weiteren news zu irgendwelchen third parties wir haben gesehen wird games hat eben eine neue schweizer strecke angekündigt sowie eine neue log von einem entwickler der im tsv4 neu ist aber dazu ansonsten nichts mehr ansonsten von allen thompson simulation von union workshop oder tsg haben jetzt keine news ich kann euch so viel sagen zu 44 20 zu baurei 420 wird gesagt dass das wohl noch etwas länger dauern wird und ich würde eher so richtung ende des jahres schielen und ludmilla definitiv nächstes jahr also da glaube ich nicht mehr dran dass die dieses jahr noch kommen soll so was haben wir noch so wichtig ist was wir noch machen noch noch uns vornehmen können ja ach so genau wir haben hier diese die diese bewegung die man im zug hat so dieses hoch und runter bewegen das gab es ja bisher nicht also wenn zum beispiel das ist die suspension update wenn ein zug über eine weiche fährt dann wird das ganze hier abgefedert und diese federung mit dass der zug dann an dieser stelle so ein kleines bisschen hoch und runter kippt das haben wir bisher nicht gehabt und das werden wir haben allerdings als update irgendwann nach tsv4 release also nicht direkt zum release hier wird noch ein bisschen darüber geredet es gibt auch noch bald information designer so dass man sich also züge ganz individuell zusammenstellen kann vorher mussten wir immer nur gucken was hat uns die tg für formation zur verfügung gestellt um ein szenario zu erstellen bald irgendwann nach release nicht zum release können wir dann diese formation selbst erstellen kann einfach sagen jo ich möchte gern 155 haben dahinter noch ein vectron dahinter eine hundert eins und dahinter 17 intercity wagen dann kann man das einfach machen und es gibt da keine grenzen oder ja also es gibt die gleichen einschränkungen wie halt auch in der realität eine gewisse physik wird da halt eben ein angehalten man kann auch glaube ich keine also die verschiedenen kupplungsarten kann man auch nicht miteinander kombinieren also das funktioniert nicht ja genau das war teil eins von der tsv4 roadmap und teil zwei gucken wir uns jetzt gleich an ja und da sind wir auch schon wieder hier zur tsv4 roadmap teil zwei strecke artikel ist heute erschienen release immer noch am 26 september 21 september für die die sich die deluxe edition oder die special edition vorbestellt haben ja den trailer wenn wir uns jetzt nicht noch mal angucken den haben wir uns zusammen angeguckt heute geht es mehr so oder in diesem artikel geht es dann mehr so um die verschiedenen features von tsv4 zum einen der pc editor hier wird ein bisschen darauf eingegangen in diesem abschnitt des videos was was es so mit dem editor auf sich hat was man da so mit machen kann also man kann da im grunde genommen alles mitmachen alles was man möchte außer dass man bestehende strecken von denen irgendwas entfernt das funktioniert nicht man kann aber bestehenden strecken etwas hinzufügen das funktioniert auch ansonsten kann man neue strecken bauen man kann neue logs bauen man kann neue fahrpläne machen man kann szenarien damit bauen man kann alles mögliche machen es ist halt eben ein vollwertiger editor der kommt der auch übrigens sehr komplex ist also normalos wie ich kann können damit nichts anfangen aber leute die sich eben mit unreal engine auskennen die sich mit modding auskennen die werden sicherlich irgendwas mit dem editor machen können aber sagen wir mal so es wird jetzt nicht so sein dass jetzt jeder nuller 15 mensch der sonst gar kein wissen hat da irgendwas jetzt mit dem editor anfangen kann das wird das ist unrealistisch sowas zu denken dass jetzt jeder von uns einfach so anfangen kann eine lok zu bauen oder eine strecke oder so im sinne von ich baue jetzt einfach mal die strecke die bei mir eine haustür vorbeiführt ja schön wäre es wenn jeder das technische wissen dazu hätte aber realistisch gesagt das wird nicht passieren wohlgleich man sich natürlich da irgendwie rein fuchsen kann man verzeihe mir dieses boomer mäßige wort das funktioniert sicher man muss da eben viel zeit hinein investieren viel geduld dafür haben es gibt auch sicherlich die ein oder anderen youtube tutorials wie man den unreal engine vier editor reinkommt was man da somit machen kann aber es ist halt eben kein selbstläufer da wird man nicht an die hand genommen durch den editor und dadurch geführt und da wird jetzt gesagt so jetzt macht das und macht das und macht das und zack dann lock ist fertig super toll du hast jetzt den wittenberger steuerwagen gebaut toll herzlichen glückwunsch das funktioniert so nicht normal so um nochmal kurz diese real talk mäßig das einmal kurz erwähnt zu haben genau hier wird erzählt was der editor eigentlich ist und was er so alles machen kann und wie gesagt man kann halt immer noch damit alles erstellen was man halt eben so machen kann einschließlich neue strecken neue züge neue szenarien und sogar neue fahrpläne für den service modus also man hat der kreativität sind kaum grenzen gesetzt wenn man eben das entsprechende wissen verfügt wissen das eigene wissen ist vielleicht eine grenze lizenzen für irgendwelche assets oder sowas ist dann vielleicht auch noch mal eine andere grenze weil man nicht einfach so alle möglichen assets von dtg oder so wieder verwenden kann da wird einem sicherlich so ein bestimmter asset katalog gegeben so ein sehr basaler aber ich glaube nicht dass man jedes asset und jeden baum und jede pflanze die es da gibt nutzen kann weil dtg oder andere third parties sich selbst so was teuer gekauft haben und lizenzen vielleicht gar nicht so nach redistribution abdecken also es wird ein bisschen schwierig aber das da müssen sich eben leute da hinein lesen die sie die dann wirklich dann damit arbeiten ja wie einfach es jetzt zu bedienen es ist eben ein professionelles spielentwicklungstool leute verdienen ihr geld damit von daher können wir nicht erwarten dass das eben ja dass das jeder hinbekommt damit damit daraus was zu machen also es gibt eben keinen keinen button hier neue szenario schaffen und let's go sondern schauen wir mal also es hat eben sehr lange gedauert bis eben der editor gekommen ist der aber es gearbeitet wurde immer irgendwie dran aber lange zeit wusste man okay das wird nichts weil wir den tsw immer wieder updaten werden mit neuen unreal engine versionen und jetzt gibt es halt eben ein steine stabile version auf der man viel aufbauen kann was für mich auch gleichzeitig bedeutet dass es wohl erstmal sehr lange dauern wird bis wieder ein engine update kommt was auch vollkommen in ordnung ist nur jetzt haben wir eben vier zwei sechs meine ich als unreal engine version und darauf auf diese basis wird dann halt eben aufgebaut es ist eine beta version des editors das heißt also der der editor wird immer wieder verbessert wir haben schon in diesem roadmap screenshot zu beginn gesehen dass da updates für folgen sollen und folgen werden konsolenspieler haben davon erstmal nichts das ganze wird erstmal nur für den pc sein leute die am pc sind können den editor benutzen und leute die am pc sind können die können das was andere aus der community erstellen benutzen das wird erstmal nicht so sein dass über den creators club etwas hochzuladen wäre weil das einfach sehr kompliziert ist aber die tg hat denkt 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 daran eventuell kommt das irgendwann in zukunft als update die creators club einbindung so dass auch leute an der konsole davon tatsächlich profitieren können die tg selbst wird auch tutorials und leitfäden und sowas erstellen aber es ist halt eben wie gesagt ein sehr komplexer editor und man kann da auch nicht alles dann irgendwelchen videos zeigen man kann jetzt schlecht zeigen so bauen wir eine log von grund auf weil das einfach sehr 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 viel arbeit ist und man hofft dass eben aber ganz viele neue fährt und second parties erstellt dadurch sich ergeben das glaube ich nämlich auch dass das passieren wird dass leute die das wirklich irgendwann gut können dann ihre inhalte vielleicht doch tatsächlich kommerziell vermarkten man gönnt es ihnen ja auch weil da viel arbeit drin steckt also dass auch wirklich alle die auch an der konsole sind dann zum beispiel davon profitieren können weil nur indem man sich dann sowas dann kaufen kann funktioniert das eben dann auch für die konsole dann gibt es den free roam modus das ist im grunde genommen das überspringen jetzt so ein bisschen weil das eigentlich die gott mode mod ist nur vermutlich mit etwas weniger funktionen also es funktioniert genauso wenn man kann sich da irgendwo hin spawnen also ein fahrzeug hin spawnen man kann sich da einen weg stellen man kann dem fahrdienstleiter sagen so jetzt ich möchte hier fahren immer ein grünes signal und dann kriegt man das grüne signal und so funktioniert das dann dann haben wir den szenario planner 2.0 auch hier wird ein bisschen darüber gesprochen was was man damit zu machen kann der szenario planner 2.0 ist halt eben ja eine verbesserte benutzeroberfläche man kann jetzt portale benutzen für die tsv4 strecken und 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 also auch da viele verbesserungen die da einen erwarten genauso wird das auch sein mit dem livery designer 2.0 auch da haben wir jetzt viel mehr verbesserungen hier spricht cat von dtg darüber cat und nicht katze also cat ist ein name und keine katze die hier ein interview gegeben hat leider also man kann 1000 layer jetzt mittlerweile benutzen so dass die mod mit den unendlichen layern eigentlich nahezu unnötig ist weil 1000 ist schon sehr sehr viel man kann tatsächlich text eintippen das finde ich sehr sehr cool und man hat jetzt glaube ich auch ein paar mehr sticker und sowas zur verfügung die man benutzen kann also das wird schon ziemlich cool ja livery designer 2.0 hier haben wir es noch mal zusammengefasst android funktion auch das ist sehr sehr cool dass das das gibt man kann den ki zügen sagen wie viele sie wie viele oder wie oft das repent auftauchen soll man kann noch mehr schriftdaten auswählen und noch mehr schriftarten und operator dann gibt es den foto modus wir haben schon viele screenshots gesehen aus dem foto modus heraus also man kann das spiel einfach pausieren an der stelle wie im trend simulator auch mit der kamera irgendwo hinfliegen die hintergrund unschärfe einstellen die sättig die sättigung einstellen man kann den winkel der kamera einstellen und so weiter und so fort also man hat da dutzende einstellungsmöglichkeiten und kann da entsprechend viel schöneres screenshots aufnehmen als zuvor also hier sehen wir dass diese ganzen einstellungen die es da gibt und können dann am ende so schönes screenshots hier machen also es hat schon fast was von einem echten foto auch hier schönes porträt foto von dem mann hier den kennen wir schon seit beginn den gab's schon immer genau der foto modus also pausen funktionen und so weiter und so fort scoring 2.0 interessiert mich persönlich nicht so sehr daher überspringen wir das einfach mal es gibt halt eben hier platin als neue medaille genau was gibt es noch is of use das heißt so viel wie das barrierefreiheit noch viel besser gewährleistet wird im tsp4 und das finde ich auf jeden fall sehr gut der barrierefreiheit ist immer sehr toll wenn sich da leute darum kümmern das ist sehr wichtig und richtig leute die neu im tspw sind haben so viel einfacher dann da reinzukommen man kann aber weiterhin die volle simulation eben fahren ja ich gucke gerade was wir sonst noch so haben schwierigkeitsbewertung es gibt auch genau diesen minimalen hat den finde ich auch ziemlich cool hat mehr so ein bisschen was vom train simulator und man kann sich dann eben das hat dass hier unten rechts ist dann ausblenden und halt eben nur damit fahren hier sehen wir die nächsten geschwindigkeits ankündigungen bzw ab hier gelten die geschwindigkeiten und wir sehen die nächsten signale die auf uns zukommen ich glaube auch die haltepunkte auch aber da bin ich bin ich ganz sicher sieht auf jeden fall ganz hübsch soweit aus gerade gibt es noch irgendwas interessantes additional features was gibt es noch ja genau also diese haptik gibt es dass der controller eben vibriert und zwar bei kollisionen wenn man das gleis wechselt warnungen über den controllers sprecher also sie fahr oder sowas für wird man dann über den controller lordsprecher hören solche sachen oder ich glaube auch wenn man für man zum beispiel ein gelbes signal fährt also das enthalt ankündigt dann wird wird es glaube ich auch vibrieren glaube ich zumindest ja das einzige was nur auf tcv4 inhalten funktioniert wird sind die chains die safety system alerts durch die lautsprecher ansonsten die haptik funktion sind auch ja wenn überall funktionieren was ist das volumetric ach so dass das ist der volumetrische nebel auch das haben wir uns ja schon in screenshots anguckt das sieht wirklich hammer aus oder also guckt euch das an das ist richtig schön das ist richtig richtig schön auch wenn die lichtkonfiguration vielleicht falsch ist aber das ist richtig schön das gefällt mir voll auch hier also richtig schön atmosphärisch hier sehen wir das auch mit den lichtern es hat schon fast was von einem horrorspiel mega sounds und audio was haben wir dazu sounds und audio zu sagen genau hier sind so ein paar bilder wie man hier audios zum beispiel aufnimmt wo die mikrofone alle hingepackt werden müssen und so und dass das halt eben gar nicht mal so leicht ist solche sachen da aufzustellen also für sowas braucht man halt genehmigung aus den eisenbahnverkehrsunternehmen sind halt hauptsächlich dazu da verträge zu erfüllen und züge zu fahren damit leute von a nach b kommen und nicht damit irgendjemand irgendwelche aufnahmen macht von daher props an alle evus die da so so gut mitarbeiten ja hier sehen wir auf jeden fall deren ausflug in die usa wie sie halt im referenzmaterial für diese wagen und die lok gesammelt haben das wie viel music oder musik kann man sich dann selbst angucken also es gibt auf jeden fall neue neue musik im tsp 4 die aber sehr nah daran dass an der tsp 3 musik was vielleicht wichtig ist tsp 2 updates werden nicht mehr kommen also näher in die ganzen präsent collection beziehungsweise preserve crew ab preservation crew updates kommen nicht mehr was schade ist aber das wird jetzt hier in aller ehrlichkeit kommuniziert es gibt so viele technische probleme es gibt so viele technische gründe weshalb die updates für tsp 2 nicht kommen werden das vielleicht wichtig für alle die halt eben weil sie nicht weiterhin tsp 2 spielen auch wenn ich nicht wüsste warum man das machen sollte aber ja soviel dazu patch zeitplan folgendes wird kommen in patches ich überlege hat bitte beachten sie das alles in der kolumne tsp 3 auch an tag 1 für tsp 4 verfügbar sein wird also genau das sind die patches nach veröffentlichung für tsp 3 also new york trenden mit dem neuen fahrplan peninsula corridor kriegt was mit land mainland kriegt updates tutorial fixes für all die fahrzeuge szenarien fixes für all die hier und für tsp 4 auch der new york trenden fahrplan dresden rieser bekommt eben das tsp 4 updates auf eisern highspeed bekommt ein patch die 628 in verkehrsrot adenborough glasgow bekommt ein patch genauso wie bremen oldenburg interessant bremen oldenburg peak forest bekommt patches die island line bekommt was und die 187 wie audio improvements und irgendwann nach also für tsp 4 nach release bekommt peninsular corridor baby bullet da neue services und köln achten kommt einen neuen fahrplan und ja das ist ich entlasse euch damit aus diesem schon sehr langen video viel geredet und ich danke euch fürs zusehen bis zum nächsten mal tschüss ciao und auf wiedersehen sehen sehen